Ja, wir haben einmal geholt, also vorwiegend einheimische Spieler, also auch die, die in höheren Ligen gespielt haben. Musik Wenn ich ganz ehrlich bin, ich will vorne mitspielen. Das Potenzial ist da. Ich sehe das beim Training, das ist schon ein gutes Niveau. Aber wichtig ist, dass alle Spieler gesund bleiben, weil das weiß man nie, wie es mit den Verletzungen ausschaut. Und mit dem Abstieg sicher nichts mehr zu tun haben und eventuell versuchen vorne mitzuspielen. Musik 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 Musik